Wusstet ihr, dass der Weihnachtsmann euren Sim reich machen kann? Das kommt Hilde, der Erbschleicherin, gerade recht. Sie schmeißt sich direkt an den gut betuchten alten Mann ran, mit allem, was sie zu bieten hat. Und sie hat es tatsächlich geschafft. Wenn ihr Väterchen Frost dann nach der Hochzeit eurer Familie hinzufügt, bekommt ihr einfach mal satte 500.000 Simoleons. Und wenn ihr dann keine Lust mehr auf ihn habt, macht es einfach wie Hilde und tötet ihn hinterhältig. Rückt links das Messer in den Rücken. Hilde ist happy und plant wohl schon ihr nächstes Opfer. Aber wer bringt denn jetzt den Kindern die Geschenke?